Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tansuo Forest In dem Hügel In dieser Folge werden wir uns mit einer Höhle beschäftigen Wir werden uns heute mit einer Höhle beschäftigen Wir haben hier eine Pistole Mit Ja, neuschuss Wir müssen nochmal rein gehen Ah, hallo Virginia Du bist auf mich zu gerannt Und ich hab mich einfach umgedreht Oh, ich glaub verteilte Sooo Mal gucken, was wir alles verschießen werden in der Höhle Äh, was haben wir heute alle gegeben Besser Besser Taktikieren hier Oh Ach, da hab ich gesehen, okay So, ich glaub ich geh jetzt mal Ich mach mir jetzt auf dem Weg mit dem Nightbee in die Höhle Und dann einfach hinlaufen Und dann nochmal Speedrun-Mod Aber mein Zwei Blätter passiert, weil Ich hab auch noch einen, ich hab auch Durst Sooo Toll So 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 Warte So Vielleicht jetzt mal ein bisschen zu laut Ey Jetzt die Ränge So Oh So 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 Ist schon auf der Ofe Wurzel Das kriegen ja alle wieder, das kriegen alle nur rote Zerbo. Das ist ja bis zum Schickdolper. Wo ist die Höhle? Ja. Was war das? Aha, einfach mal wieder eine Kiste. Ja. Cool. Dann haben wir den Weg da runter. So. Heizen. Und dann hier abbie. Oh genau. Ich hab noch eine rein. Und dann hier abbiegen. Nichts. Wir haben das machen überhaupt. Ah, das ist ein Fass da. Schönen mal der Dess. Steine. Ich wollte steine. Und die wege hin. Das muss ja nicht sein. so steinig oh alle malo heavy male dahin ne ok heavy male oder so ne schwankende gestalt ne schon heavy male oh shit ey was machst du hier? superland mein land geht's nochmal rein ja joo so dat hin bleibt hier dann vielleicht bleibst du auch da ich speichere vorher nochmal ab ja keine Plane oder? was? 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 b increment Hz Predermase inerven kraker langsam was irgendeine stresse ich, wenn ich wohl über kannst du da raus ey was gebe ich jetzt? bisschen entschieden Untertitelung des ZDF, 2020